Die meisten Industriebetriebe nutzen nicht nur einen, sondern mehrere Kompressoren, um ihre Produktionsanlagen zu betreiben. Wenn diese Kompressoren nicht korrekt geregelt werden, schaltet jede einzelne Maschine häufig ein und aus. Dies führt zu Druckschwankungen. Energieverschwendung und instabile Druckluftversorgung sind die Folge. Häufige Starts und Stops verursachen außerdem unnötige Verschleißerscheinungen an den Kompressormotoren und Ventilen. Dadurch entstehen höhere Wartungskosten und die Verfügbarkeit der Druckluft sinkt. Der Sigma Air Manager 4.0 ist ein Druckluftmanagementsystem, das für die Überwachung und Steuerung einer kompletten Druckluftanlage entwickelt wurde. Es optimiert die Effizienz der Gesamtanlage und sorgt dafür, dass der Betreiber jederzeit zuverlässig Druckluft verfügbar hat, auch wenn der Bedarf stark schwankt. Die meisten zentralen Druckluftmanagementsysteme basieren auf dem Konzept der Kaskadensteuerung, bei der die Kompressoren in einer festgelegten Reihenfolge zu- bzw. abgeschaltet werden. Andere Steuerungssysteme hingegen beobachten den Druckluftverbrauch und wählen dementsprechend die benötigten Anlagen aus. Das heißt jedoch nicht unbedingt, dass sie bei dieser Auswahl auch die Energieeffizienz in Betracht ziehen. Der Sigma Air Manager 4.0 stellt einen technologischen Durchbruch in der Anlagensteuerung dar. Im Gegensatz zu einer zeitabhängigen Wahlschaltung ist dieser flexibel und anpassungsfähig. Dank der von uns entwickelten 3D-Advanced-Regelung überwacht die Steuerung laufend die Leistung des Gesamtsystems, indem sie ständig im Hintergrund eine Vielzahl von Simulationen durchspielt. Damit ist sie in der Lage, stets die energieeffizienteste Kompressorkombination zu finden. Die integrierte Energieüberwachung erlaubt es zudem, Druckluftverbrauch und Energiekosten schnell und unkompliziert zu ermitteln und Trends zu erkennen. Dank der umfassenden Meldungsfunktionen ist Ihr Instandhaltungsteam jederzeit über Warnungen, Alarme und Servicemeldungen informiert. Möchten Sie wissen, wie der Sigma Air Manager 4.0 auch Ihre Energiekosten reduzieren kann? Für eine unverbindliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an! 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 Untertitelung des ZDF, 2020